und hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft mega projekt 2015 ja ich habe mir überlegt ich mache mir mal ein schönes schwert aber Tinkas Constructor ihr seht es hier so ein bisschen ich habe hier so ein bisschen umgebaut das ist hier automatisch alles so läuft wir müssen mal ganz kurz gucken okay die quarry die arbeitet noch ja die arbeitet noch und ich habe den big reaktor jetzt mal ein bisschen geupdatet wir machen jetzt das ist ein bisschen low wir schauen wir noch mal ganz kurz nach uran uran nehmen wir doch noch mal ein stack und allein damit dann ist ein bisschen voller und wenn er voll ist machen wir um die 13.000 tics pro minute das ist schon enorm für uns zumindest enorm aber was erzähle ich euch denn da wir wollen uns jetzt ein bisschen um Tinkas Construct kümmern aber ach hier vorne wir brauchen als erstes Groot haben wir wie viel haben wir davon doch nicht so viel Cobblestone, Cobblestone 1000 und okay dann machen wir jetzt erst ein bisschen das soll ja nichts raus machen machen wir erstmal disable jetzt brauchen wir ein Cobblestone weil sonst haben wir kein Sand und der brutzelt mir jetzt erstmal hier ein bisschen in der zeit können wir uns schon mal um die einzelnen sachen von Tinkas Construct kümmern wir brauchen das, das haben wir als 6 nehmen wir hier mal ein paar von dann müssen wir das weg wenn wir ein direkt anders herum dann brauchen wir schon mal den Stency Table dann brauchen wir einmal Wood 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 da haben wir Wood und wir legen das zweite Teil, das dritte Teil dafür brauchen wir eine Wackbench naja du gehst da mal wieder weg weil was wollen wir mit dir Wackbench und noch so ein Teil jetzt haben wir die drei verschiedenen Teile ich guck jetzt noch mal ganz kurz unter Tool Tool Station Tool Station okay dafür brauchen wir die Dinger aber die haben wir ja nicht Block auf Aluminium oh das ist ja cool dass es da auch mit geht kurz überlegen was brauchen wir noch genau wir brauchen ja eine Lava Quelle weil ich habe keinen Bock jedes mal runter zu gehen ach wir haben sogar noch eine Pumpe wie geil ist das denn eine Pumpe dann brauchen wir einen Endertank schauen wir mal okay Wolle fehlt uns und so ein Container dann gucken wir mal eben ob wir einen Container finden äh eine Schäde muss ich eben machen wäre wir gehen erstmal auf volle Jagd oder wie machen wir das am besten haben wir noch genug Gasträne ähm haben wir keinen Gasträne das kann doch nicht wahr sein dass wir keine Gasträne haben dann nehmen wir erstmal den raus weil wir haben ja ach das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt dank dem Techlight haben wir es ihr seht ihr es spawnet so viele Enderman weil wir haben jetzt aus Draconia wow einen bestimmten Spawner der spawnet durchgehend Enderman komm her du gehst du auch mal rein wir brauchen ja Wolle aber mal so und dann suchen wir uns jetzt einfach mal ein Schäfchen ne da haben wir ein Schaf du kommst mal her du bist jetzt meins und wir legen uns auch wieder schlafen weil er muss ja eh jetzt mal in der Zeit Sand Produzien aus dem Cobblestone so was Monster wow Enderman und ich habe kein Schwert doch habe ich komm ja leg dich nicht mit mir an aha ich muss jetzt schlafen legen ja wir können uns schlafen legen wie super ist das denn so ja ich muss mal ganz gut was gucken ob irgendjemand von Stadtrot kommt aber nein die wollen nicht mit mir spielen das ist Drama so da hat er genug Flüssigkeit okay warum da nichts rein kommt weiß ich nicht wo ist unser schöner Spawner ich glaube da komme ich da jetzt so dran leider nicht du kommst da rein kopieren ja der müsste ja jetzt eigentlich hey warum kommen wir nicht raus ein paar Schafe spawnen mindestens so ein paar komm schon Zack ein Schaf und Schaf weg und da müssen wir jetzt wenn mich nicht alles täuscht wow 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 Creeper 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 Friendly ja I'm friendly ahja ok Creeper down wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz ja klappt doch so wie ich mir das vorgestellt habe und daraus können wir dann uns jetzt paar Teile craften wir brauchen nämlich die Pumpe haben wir wir brauchen ein Endertank was stimmt hier Ender 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 Endertank besser gesagt zwei Stück brauchen wir davon eins hey und Nummer zwei aber wenn wir wenn wir ja im Ender sind müssen wir irgendwie das Lava auch nach hier in unsere Welt kriegen was brauchen wir dann noch nehmen wir Fluid 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 er braucht er braucht ein dumm 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 uns fehlt erstmal ein Tank Loader warum haben wir kein Buch warum fehlt uns das Leder das Leder glaube ich einfach mal hier oben raus oh oh große Aura uns fehlt nämlich ein Leder super und nochmal Chunk 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 da haben wir den so ein Chunk Table dann brauchen wir das halt und wir haben jetzt ein Chunk Loader so wir haben jetzt ein Chunk Loader wir haben unsere Pumpe wir haben zwei Tanks jetzt brauchen wir eine ich weiß nicht ob das geht wir können es ja einfach mal ausprobieren ob das auch damit geht ok was brauche ich denn hier für Glowstone Glowstone Gold und Redstone ok kann ich eigentlich da unten stehen bleiben weil wir haben ja ein Security dann brauche ich da oben ja nicht mehr stehen also Redstone nehmen wir einfach mal ein paar mit Gold wie sieht es mit uns bei Gold aus Gold und Glowstone zack 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 hey ich werde mich veräppeln ach das ist Pulver oh Mensch sah aber auch fast genauso aus ok wir dürfen einmal ins Nether wieder zurückfliegen da habe ich was zu essen mit yep fliegen wir einmal ins Nether und holen uns Glowstone ich bin mir sicher dass wir irgendwo Glowstone haben dum 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 ja ja wie ich das mit den Security und so mache das werdet ihr sehen wenn ich ab dem vierten nein ihr habt es gesehen mitten in der Aufnahme aber gut dass ich hoch geflogen bin ich hasse Zombies bin auf den Weg ins Nether gewesen ja super 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 wenn ich jetzt ganz viel Pech habe ok ich kann mir trotzdem noch dran äh Sword nehmen wir das Steer Sword und dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Arbeiten ne das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen was fällt denen an mich einfach da runter zu kicken mitten in der Aufnahme ich glaube es hakt wir haben auch keinen Anstand ne diese scheiß Zombies wenn ich jetzt ganz viel Pech habe fliege ich direkt wieder runter ich hoffe es nicht weil ich muss meine Sachen wieder haben so laufen 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 boah puh ok irgendwo oh jetzt muss ich das schon wieder aus machen weil sonst sieht man hier nicht runter runter wo ist jetzt mein Grabstand ich bin extra hoch geflogen oder ist schon jemand gestorben aber mein Grabstand ist direkt hier unten drunter ah shit man wie komme ich da jetzt am besten hin shit 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 ja wir machen wir kriegen das noch hin keine Angst hey ich würde da hoch wir kriegen das noch hin ich wollte euch eigentlich was tolles zeigen wir müssen doch nochmal zurück uns eben ne Pick-Action und ne Schaufel holen ich dachte ich wäre eher so weiter am Rand weggeflogen ach warum aber warum ja wie soll ich das sagen warum soll ich mich drüber aufregen das ist nur mal Minecraft nö tak 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 schnell wieder zurück ich hoffe mal auch die anderen Kupan aus der Stadt Rot kommen aber erst mal hallo hallo so jetzt brauchen wir eine Pick-Ax Pick-Ax haben wir dann brauchen wir eine Kaufel haben wir auch können wir nehmen die zu Sicherheit mit damit ich nicht instant down bin so das ist schon Luxus zu fliegen wenn man dann jetzt nicht mehr fliegen kann aber ist mir egal egal ja wie gesagt ähm wenn ich vom vierten ab dem vierten user join your channel hallo ja mohoin willkommen in meiner Aufnahme oh sorry ach alles cool dafür sind die Räume ja hier da ja ich bin grad ins Nether gegangen und war da so ein scheiß Zombie und kick mich die Kante darunter und jetzt bin ich dabei meine Sachen zu holen sagst du das? wie ich das mache dann schaffst du das? ey ich bin der Closer der Closer schafft alles nein ich hoffe dass ich das schaffe okay hier hab ich grad ein bisschen lag gehabt ich bin gerade von meinem Team in der Stadt ein bisschen enttäuscht warum wir hatten ein Enemiesystem ja wir haben neue Dinge abgebaut weißt wie ich ihn für mich abgerackert habe welches Ding haben sie denn abgebaut ähm dieser ähm MB Terminal das haben sie abgebaut ja wollen sie nicht dass du da irgendwas machst ich denke schon oh man 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 ganz zöge alles wieder neue Farmen richtig? ne ne ähm nur das Terminal das habe ich jetzt aber endlich nach 10 Jahren ja wenn man sich sowas aufgebaut und dann ist wenn es dann weg ist dann ist es ärgerlich ne ja hab ich jetzt ach du hast es jetzt wieder ja ja okay ja super ja dann muss ich mal beschweren setze mal Schildern und sag Leute so geht das hier nicht in unserer Stadt oi oh okay ich ich sehe meinen Grabstein ist ja schon mal super mitten in der Aufnahme gestorben weißt du wie ärgerlich das ist rechte doch wie bitte? rechte doch nein das müssen doch die Zuschauer auch sehen das der Closer Omar was passieren kann hier nur da steht jetzt so ein blöder Zombie drauf super ach das spawnt immer wieder ein Zombie ach ich muss noch weiter runter wie komm ähm wie du schlägst mich kollega ich schlag dich sonst bitte ich komm sonst nicht runter glaube ich aber wenn ich doch jetzt das so und sonst alles gut wie gefällt dir das Projekt bis jetzt? ganz geil außer dass man so ab und zu bei den online Zeiten so alleine ist ne? du wirst du gleich lesen das wirst du gleich lesen ja ich hab versucht in Lava zu schwimmen ich hab die Schirftaste losgelassen und voller keiner nach vorne gejumpt kein JPEG nein das ist ja alles in mein äh in mein Grabstein fucker das ist schlecht ja zweimal gestorben in einer Folge das ist richtig super und ich wollte mit Tinkers Construct anfangen aber ich werde jetzt eben noch einmal mein Laich also besser gesagt mein Grab holen ähm dann werde ich in der zweiten Folge komplett anfangen mit Tinkers Construct ja ich mag Tinkers Construct voll da kannst du so geile Imbawaffe mitmachen wenn du weißt ich weiß auch du kannst auch reparieren und so ach du kannst alle was ist das? komm her ja egal no risk no fun wer nicht wagt der nicht gewinnt oh ja ich hab alles wieder huh super 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 nice ja doch und das in der Folge ok hiermit sag ich schonmal tschau 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 viel Spaß beim zuschauen oder ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ähm jo und noch einen schönen Gruß an die Stadt grün tschau 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 tschau